Die Regionalmarketing Günzburg GbR präsentiert besonders familienfreundliche Arbeitgeber in der Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg. Die Preisträger des Wettbewerbs Beruf und Familie 2021 bis 2023. Einer der diesjährigen Preisträger ist... Die Fachklinik Echenhausen. Sie steht für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Reha. Um die bestmögliche Versorgung der Patienten kümmert sich ein engagiertes Team, das vom Arbeitgeber optimal unterstützt wird, um Familie und Beruf vereinbaren zu können. So sind hier viele Mütter in Führungspositionen zu finden. Geht gut zu vereinbaren, weil trotzdem darf ich mich nach meiner Familie orientieren. Aber dazu gehört natürlich auch ein ganz starkes Team, ganz tolle Kollegen. Ich habe sehr viele Mütter auch im Team und auch Nichtmütter und wir versuchen uns gegenseitig zu helfen. Also einmal ist der Arbeitgeber, der uns die Möglichkeit schafft, dass wir so arbeiten können. Aber dahinter steht auch ein tolles Team. Auch bei der Urlaubsplanung oder anderen familiären Ereignissen kommt die Fachklinik Echenhausen ihren Mitarbeitern entgegen. Hierfür gibt es extra einen Wunschplan. Da kann man sich halt einfach Wünsche eintragen und die werden dann, also zwei Wünsche werden auf jeden Fall genehmigt, wenn man einen Arzttermin hat. Wenn man einen Arzttermin hat, kann man im Vorfeld einfach sagen, da brauche ich Freitag, da brauche ich Frühdienst, da kann ich nur Nachtdienst arbeiten, soll ich sagen. Genauso reibungslos läuft auch der Wiedereinstieg nach Elternzeiten. Ich konnte also genau die Arbeitstage vorgeben, wann ich kommen will und auch in welchem Stundenumfang ich wieder einsteigen möchte. Also es gab da nie irgendwelche Einschränkungen oder eine gewisse Stundenanzahl, die ich erfüllen muss. Das konnte ich immer alles selber frei wählen. Doch nicht nur für Eltern können die Arbeitszeiten in der Fachklinik Echenhausen flexibel gestaltet werden. Auch bei zu pflegenden Angehörigen wird auf die Bedürfnisse eingegangen. Am Anfang habe ich noch versucht, meine Arbeit 150-prozentig zu erledigen und habe gemerkt, das geht nicht. Mein Mann ist immer kränker geworden und ich habe jetzt die Möglichkeit, einen Tag in der Woche zu Hause zu bleiben und mich dort um meinen Mann zu kümmern vor allem. Optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb gehört die Fachklinik Echenhausen auch zu den diesjährigen Preisträgern. Es bestärkt uns in dem Unternehmen weiterzuarbeiten, um den Mitarbeitern hier einen attraktiven Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.